Weiter machen wir mit dem Black & Decker BDV-090. Das vollautomatische Ladegerät von Black & Decker kann wahlweise auf 6 oder 12 Volt geschaltet werden. Die Batterie wird dabei geladen, sowie der optimale Zustand so lange aufrechterhalten, bis das Gerät gebraucht wird. Dabei arbeitet das Gerät vollautomatisch und erkennt Spannungsschwankungen und gleicht diese aus. Neben Batterieanschlussklemmen sowie Anschlussringen befindet sich im Lieferumfang auch ein Stecker für 12-Volt-Buchsen, wodurch das Gerät universell mobil gut einsetzbar ist. Über den aktuellen Zustand informiert das angebrachte LED-Display und zur Sicherheit verfügt das Ladegerät über einen Überladungs-, Kurzschluss- sowie Überhitzungsschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017